Herzlich Willkommen und schönen Abend heute zu unserer Online-Veranstaltung von der Coinfinity GmbH, ihren Bitcoin-Broker Nummer 1 in Österreich aus Graz, der älteste Bitcoin-Broker seit 2014, mit einem Stargast-Special-Guest, Nico Jilch. Servus, grüß dich. Servus, Matthias, hallo. Danke für die Einladung. Wir haben uns heute ein Spezial-Topic, eine Überschrift überlegt, nämlich die es in Zeiten wie diesen, gerade seit letzter Woche, wo es sämtliche Themengebiete, die sich ineinander verschoben haben, ist Bitcoin mehr als eine Asset-Klasse und wenn ja, warum? Ich denke, dieses Thema ist mehr als aktuell und man kann hier von den Basics bis zu den aktuellen Ereignissen eigentlich alles einbauen und es freut mich hier für dieses Spezialthema einen wahren Experten begrüßen zu dürfen, nämlich den Nico. Der Nico ist wirklich Finanzspezialist, Speaker und Moderator und seit mehr als zehn Jahren mit dem Geld- und Finanzsystem vertraut. Inflation, Notenbank, Gold und jetzt halt eben Bitcoin mit seiner Kolumne, Junges Geld, zum Beispiel beim Broadcasten, aber aktuell mit seinem Podcast unterwegs. Den kann ich wirklich empfehlen, nämlich was Bitcoin bringt. Nicht nur, dass auf dieser Seite sämtliche seiner Content-Inhalte gratis zur Verfügung sind, die sich mit sämtlichen Belangen rund um Bitcoin beschäftigen. Nein, Nico ist auch zu Gast, nämlich bei sehr, sehr vielen anderen Podcasts und anderen Medien zu unterschiedlichsten Themen, nämlich auch zum Thema Finanzen und das bringt ihn natürlich auf meine Watchlist. Ich hatte ihn auch bei meinem Blog, Rette dein Geld dabei und, und, und. Der Nico hat einfach extrem Erfahrung, Tiefe und kann wirklich komplizierte Finanzsachen sehr, sehr gut einfach erklären. Das gefällt mir schon immer. Und vom Finanzjournalist über Agenda Austria darf ich ja auch sagen, dass der Nico jetzt mittlerweile selbstständig ist und eben diesen Podcast in seiner Selbstständigkeit wirklich rein den Fokus auf diese Finanzen und im Spezialthema Bitcoin gelegt hat. Ich hoffe, Nico, ich habe das so in etwa richtig wiedergegeben und darf somit auf dich überleiten. Vielen, vielen Dank für die nette Einheit. Und das Einzige, was du vergessen hast, ist, dass der Podcast von Confinity gesponsert wird als Hauptsponsor, was natürlich eine besonders tolle Sache ist. Vielen Dank, dass du das so erwähnt hast. Ich erwähne es ja auch im Podcast. So gesehen, es ist ja bei Gott kein Geheimnis. Und wir passen da auch perfekt zusammen, weil es einfach dieser, sage ich jetzt einmal, Bitcoiner-Ethos, der muss schon richtig hinhauen. Sonst funktioniert das nicht so richtig. Gut, soll ich einfach loslegen? Gut, here we go. So, einen schönen guten Abend von mir auch. Mein Name ist Nico Hilch, der Matthias hat mich gerade vorgestellt. Ich freue mich wirklich sehr, heute reden zu können zum Thema, ist Bitcoin mehr als eine Anlageklasse? Ich habe es jetzt genannt, ein bisschen salopper, Bitcoin, woher, weshalb, warum? Mir geht es darum, ein bisschen darüber zu sprechen, wo kommt das eigentlich her? Also was ist die Motivation dahinter gewesen? Wie lange geht es in der Geschichte zurück? Was ist eigentlich aus ökonomischer Sicht dieses digitale Ding, dass da jetzt die Leute so begeistert? Und auch deswegen, weil mich hat die Fragestellung auch wahnsinnig interessiert, weil ich irgendwann, also ich vergesse manchmal, dass Bitcoin eine Anlageklasse ist, sage ich ganz ehrlich. Es ist eher so, dass ich das Ganze eben eher als technisch-philosophische Übung sehe. Aber natürlich darf man das nicht vergessen, weil am Ende des Tages ist es das, was die meisten Menschen in das Thema hineinzieht und wahrscheinlich war es bei mir auch so. Ich versuche, mich ein bisschen kürzer zu fassen als sonst. Ich befürchte, dass der Vortrag zu lange dauert für die vorgegebene Zeit. Und ich fange an mit einer ganz kleinen persönlichen Geschichte. Also wir reden jetzt über die ökonomischen Wurzeln, dann die österreichischen Wurzeln, die philosophischen Wurzeln und die aktuelle Lage und möchte dann auch natürlich die Möglichkeit geben, auch im Q&A vielleicht nachher mit Matthias darüber zu reden, was wir jetzt gerade sehen, welche Rolle jetzt Bitcoin aktuell spielt in der Krisensituation, die wir erleben, seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Was Sie hier sehen, ist ein Bild aus einer der schönsten Gegenden von Buenos Aires. Ich habe dort im Jahr 2008 fast ein Jahr lang gelebt und habe dort etwas erlebt, das wir in Mitteleuropa, gerade in Österreich und in Deutschland eigentlich nicht wirklich kennen und außer aktuell, aber bis dahin nicht wirklich kennen. Und das ist die Inflation. Also man kann dort wunderbar leben, wenn man Euros mitbringt. Es ist nur so, dass wenn man Essen bestellt, bekommt man einmal pro Woche eine neue Preisliste, weil die Preise immer gestiegen sind. Für die Menschen in Argentinien ist das ganz normal. Mich hat das damals schwer schockiert. Dabei wusste ich ja noch nicht einmal, dass ich in Wahrheit das Kreuz am 1. Jänner 2008, war ungefähr der Zeitpunkt, wo ich es in Argentinien war, da habe ich ungefähr vier Pesos bekommen für einen Euro. Das war noch relativ stabil, so bis ins Jahr 2015. Und seitdem schmiert das Ganze also ab in einer Geschwindigkeit, die wirklich beängstigend ist. Und es ist ganz lustig, wenn man hineinschaut, also gerade in der Bitcoin-Szene ist es oft so, gibt es tatsächlich einige, die Argentinien-Erfahrung haben. Also Brian Armstrong, der Gründer von Coinbase und auch Michael Saylor, der Gründer von Mike Rosatogy, die jetzt sehr viel Bitcoin gekauft haben für ihre Balance-Sheets, haben beide in Argentinien gelebt, haben beide dort Geld verloren. Das Ganze hat mich dann im Jahr 2010, später als die Euro-Krise losgegangen ist, habe ich angefangen, mich mit den Theorien dazu zu beschäftigen und bin darauf gekommen, dass die Inflation bei Gott nichts Neues ist. Es ist nur etwas, das immer wieder in einer anderen Form und Weise auftritt. Und ich bin schon der Meinung, dass wenn wir uns heute umschauen und die meisten Bitcoiner, die schon länger dabei sind, denen fällt es vielleicht gar nicht mehr so auf, aber wir haben jetzt schon eine Situation, die relativ einzigartig ist, heute wieder neue Rekord-Inflationszahlen in der Eurozone, 5%, 6% und jetzt kommt, sollten wir gerade aus der Pandemie rauskommen, sollten wir das Ganze ein bisschen verarbeitet haben, sollten wir eigentlich die Zinsen anheben, die Geldzügel anziehen, aber all das wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Wir sind jetzt gerade am Tag 4 oder 5 von diesem Konflikt, von diesem Krieg. Wir wissen noch nicht genau, wie die Notenbanken reagieren werden, aber wir können einmal davon ausgehen, dass es sicher nicht positiv ist für die Wirtschaft, weder im Westen noch im Osten. Wenn wir zurückspringen ins Jahr 1971, und ich hoffe jetzt, wir haben es vorher ausprobiert, das war jetzt gar kein Video. Wenn wir zurückspringen ins Jahr 1971, vor mittlerweile 51 Jahren, hat Richard Nixon das Gold-Window quasi geschlossen, die Gold-Konvertabilität des Dollars aufgehoben und damit eine Zeit eingeleitet, die der französische Ökonom Jacques Rüff das große Zeitalter Inflation nannte. Wobei, wenn ich von Inflation spreche, spreche ich hier von der Ausweitung der Geldmenge ohne Kontrolle und nicht unbedingt von ihren Auswirkungen der Teuerung, die sich aber langfristig schon zeigt. Wir sehen dann in den 70er-Jahren sehr schnell eine eben stark anspringende Inflation und eine Situation, die heute eine ist, die wir auch kennen, weil wir haben was ganz Ähnliches. In Italien wurden schon 10 Milliarden ausgegeben für die Bekämpfung der Inflation, also den Menschen sozusagen das Leben wieder zu ermöglichen. Und jetzt ist nochmal 8 Milliarden draufgelegt worden. Jetzt reden wir von Preisbremsen und Mietpreisbremsen und so weiter. Und das Problem ist natürlich, dass diese Dinge a. nicht funktionieren und b. idealerweise oder unguterweise die Inflation noch weiter anfeuern, weil die Leute da erst recht Geld haben, das sie ausgeben können, was die Preise weiter in die Höhe treibt. Wie stark das steigen kann, das sehen wir hier. Also wir haben links, sehen wir 1971, was hat damals etwas gekostet, nicht 25.000 Dollar für ein neues Haus. Das ist natürlich heute alles nicht mehr vorstellbar. 3.000 für ein Auto, 8 Cent für eine Briefmarke. Und auch die Schuldenexplosion, von der wir heute immer wieder hören, von der wir heute immer wieder reden, hat damals begonnen. Und wir sehen, es eskaliert jetzt. Ich glaube, diese Daten, die Sie hier sehen, die gehen bis 2020. Das ist jetzt schon wieder zwei Jahre alt. Dafür entschuldige ich mich. Aber ich glaube, es sind schon weit über den 23, 24 Trillionen, was die Staatsschulden betrifft, in Amerika. Und Amerika ist natürlich der Herausgeber noch immer der Weltreservewährung, was sich seitdem auch nicht verändert hat. Was aber etwas ist, das jetzt gerade ein bisschen in die Fragwürdigkeit gerät. Wo man das Ganze sehen kann, wir kennen auch aus dem Supermarkt die sogenannte Shrinkflation. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wenn die Preise steigen. Entweder man macht die Packungsgröße kleiner oder man hebt den Preis an. Manchmal macht man beides gleichzeitig. Bei der berühmten Campbell Soup, die auch Andy Warhol verewigt hat, kann man natürlich nicht die Packungsgröße kleiner machen. Das ist dies sozusagen in Stein gemeißelt. Und deswegen sehen wir auch da die Auswirkungen dieser wirklich extremen, sage ich mal, Deregulierung des Geldsystems ganz massiv. Jetzt muss man dazu sagen, meine Kritik ist nicht, oder meine Aussage ist nicht, dass wir jetzt zurückgehen sollten zu einem Goldstandard. Meine Aussage ist, dass wir in einem Geldsystem, das keinerlei Checks and Balances hat, in dem die monetäre Infektion und ihre negativen Auswirkungen ungezügelt laufen können, haben wir massive Probleme. Und diese massiven Probleme zeigen sich an verschiedenen Orten. Und sie zeigen sich seit spätestens dem Jahr 2000, dann 2008, dann 2020 und jetzt haben wir 2022. Sie zeigen sich immer häufiger, diese Probleme. Die kumulierte Infektion, wir sehen, das ist zurück bis ins Ende des 18. Jahrhunderts, sehen wir hier, dass das Ganze einfach komplett eskaliert ist, eben ab 1971. Und viele Charts, die Sie sich anschauen, werden Sie entdecken, dass sowohl, wenn es um die Frage geht, wie viel Geld verdient ein Arbeiter verglichen mit dem Vermögen der Reichen etc. Es geht einfach mit 1971 wahnsinnig viel auseinander. Es gibt auch eine eigene Website, die diesen Charts gewidmet ist, die heißt wtfhappenedin1971.com, kann ich nur empfehlen, ist wirklich lustig und relativ schockierend, sich anzuschauen. Natürlich ist Correlation nicht Causation, aber in diesem Fall behaupte ich die Causation, weil sie ökonomisch auf der Hand liegt. Was wir natürlich auch sehen, ist in dem Fall, es gibt einen Check, einen Balance, das ist Gold. Der Goldpreis ist mit Ende der 1990er Jahre nach einem langen, langen Slump stark angestiegen. Jetzt gerade durch die Euro-Krise, Entschuldigung, Euro-Krise, das bin ich schon völlig verwirrt, durch die Russland-Krise oder den Krieg in der Ukraine haben wir in Euro wieder ein Old-Time-High gesehen in Gold. Das beeindruckt jetzt natürlich den langfristigen Bitcoin-Investor wenig, aber Gold ist das Einzige, womit wir wirklich zurückrechnen können die letzten 5.000 Jahre. Das Einzige, was es damals schon gegeben hat und heute auch gibt. Also der einzige Wertmaßstab, den wir eigentlich haben, über so einen langen Zeitraum überhaupt rechnen zu können. Jetzt haben wir auf der anderen Seite das Problem in Europa, dass die Realzinsen sinken. Das ist eine Grafik, die wir in einer Arbeit hatten, meines letzten Arbeitgebers bei der Agenda Austria. Die Daten kommen von der Nationalbank, die zeigen das auch selber gerne her, um zu beweisen, naja, schaut, wir hatten ja in den 70er-Jahren, das war natürlich kurz nach dem ganzen Schock von Nixon, kam dann der Ölschock und eine große Infektionswelle, da haben sich die Europäer erstmals gewöhnt an einen autofreien Sonntag, solche Geschichten. Und dann eben mit Ende der 70er-Jahre wurden die Zinsen stark angehoben von Paul Volker. Aber wir haben jetzt eben seit dem Jahr 2000 eigentlich eine Phase permanent fallender Realzinsen, das heißt, die Infektion ist immer höher als die Verzinsung, die man auf einem Sparbuch oder auf einem Konto bekommt, was bedeutet, dass man langfristig an Kaufkraft verliert, was wiederum in Ländern, die keinerlei Kapitalmarktkultur haben, die keinerlei Anlagekultur oder Aktienkultur haben, so wie Österreich, ein besonders großes Problem ist. Wir reden hier von 300 Milliarden, die auf den österreichischen Sparbüchern liegen, wobei, man muss sagen, eigentlich liegen sie nicht mehr auf den Sparbüchern, sondern das meiste auf den Konten. Die Leute bewegen es gar nicht mehr auf das Sparbuch, weil es gibt dort keine Zinsen und da keine Zinsen. Das heißt, die Leute wissen aber auch, dass es sich nicht auszahlt, in Geld zu sparen. Sie wissen aber nicht, was sie stattdessen tun sollen. Das ist in Österreich und auch in Deutschland und in Europa generell ein großes, großes Problem. Jetzt springen wir noch einmal zurück in die Zeit vor ein paar hundert Jahren. John Law, das ist der Mann auf der rechten Seite, Richard Cantillon ist der Mann auf der linken Seite. Der eine ist Brite, der andere ist ihre. Sie treffen sich in Frankreich. John Law war ein Con-Man, sagt man heutzutage, ein Betrüger, der es geschafft hat, den französischen König davon zu überzeugen, ihm doch die Geldproduktion zu überlassen. So eine Kleinigkeit damals, bis heute, die Geldproduktion ist natürlich eine Sache, die hätte ich auch gerne. John Law hat sie bekommen, hat dann gemeinsam, also quasi die erste Zentralbank Frankreichs aufgebaut und hat dann gemeinsam mit seiner Mississippi Company eine Aktienblase aufgeblasen. Hinter der Company stand nichts, hinter dem Geld stand nichts, und es gab es eine fürchterliche Hyperinflation. Diese Hyperinflation hat Richard Cantillon, der irische Banker, miterlebt und hat kurz vor seinem Tod ein Buch geschrieben, das jetzt nach seinem Tod wiederum erschienen ist und damals den Begriff des sogenannten Cantillon-Effekts geprägt, weil er festgestellt hat, in dieser Hyperinflation, er ist superreich geworden. Warum ist er superreich geworden? Weil er kannte John Law, er wusste, was passiert, er hat gute Informationen erhalten und er hat auch frisches Geld immer früher bekommen als die anderen. Eine Inflation ist nie etwas, eine Auswertung der Geldmenge ist nie etwas, das gleichmäßig passiert, sondern es gibt immer die, die zuerst davon profitieren und dann die, die später eigentlich schon mit den Folgen zu kämpfen haben, bevor sie überhaupt von der Auswertung der Geldmenge profitieren. Was heißt das in der Praxis oder heute? Das ist das, was wir heute sehen. In den Statistiken, wenn jetzt gerade während der Corona-Krise, wenn ein Elon Musk plötzlich um so und so viele Milliarden reicher geworden ist, ein Jeff Bezos so und so viele Milliarden reicher geworden ist, das sind halt Leute, die direkt davon profitieren, dass das Geld entwertet wird, während die meisten Menschen überhaupt erst mit einer Gehaltserhöhung zu rechnen haben, wenn die Preise schon gestiegen sind, in der Zwischenzeit aber Kaufkraft verlieren, was wiederum dazu führt, über die lange Sicht, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinander geht. Nominal gesehen werden auch die Armen reicher, aber sie werden langsamer reicher als die Reichen und deswegen geht die Schere auseinander und das führt zu sozialen Spannungen. Das ist in meinen Augen eine der ganz, ganz katastrophalen Nebenwirkungen des Geldsystems, in dem wir heute leben und führt dann dazu, politisch wird dann nach Umverteilung gerufen, nach Steuern gerufen, teilweise sogar nach Enteignung gerufen, aber all das sind natürlich nur Symptombehandlungen. Es ist keine Behandlung der Ursachen. Die Ursachen sind eben, in einem Geldsystem zu suchen, das die bevorzugt, die im Zentrum stehen. Das ist der Staat, das sind die Banken, das sind die Leute, die bereits reich sind. Es ist ja auch kein Zufall, dass in den Städten die größten Gebäude, die da Banken sind. Das war vor 100 Jahren schlicht und einfach noch nicht so. Woran liegt das? Es liegt eben, wie ich schon gesagt habe, ich verteile ganz gerne diesen Ausschnitt von Monopoly. Es ist nun mal so, wir leben heute in einer Welt, in der Geld zu erzeugen, die Notenbank, bei Monopoly ist es nur die Bank, auch noch die Banken, nichts kostet. Es ist keinerlei Problem. Es hat eine politische Funktion übernommen heute. Und wir haben das jetzt auch schon gesehen, in den letzten Jahren. Auf jede Krise wird reagiert mit billigem Geld. Nach 2000, nach der Dotcom-Bubble, gab es eine Zinssenkung. Nach der großen Finanzkrise 2008, 2007, 2008, gab es Quantitative Easing und dies und das und 100 verschiedene Akronyme, hinter denen im Grunde nur steht, dass man Geld druckt. Wir haben heute schon eine Situation, in der die Lage eigentlich nicht mehr ansatzweise normal ist. Die Notenbanken unternehmen alles, um irgendwie das System, das ausschließlich dann funktioniert, solange die Inflation da ist, solange die Geldmenge wächst, solange das ist dieser Wachstumszwang, der auch oft kritisiert wird, aber der ist eben im System drinnen, nicht unbedingt im Kapitalismus, sondern in dieser Form des Geldsystems. Es muss immer wachsen und wenn die Krisen kommen, dann muss auch die Antwort immer exponentiell steigen. Das heißt, wir hatten, ich glaube, das erste Paket, das die US-Regierung geschnürt hat in der Krise war 700 Milliarden groß. Für 700 Milliarden, das war das Paket, das Troubled Asset Relief Program, TARP. Das war das erste Paket, das die US-Regierung geschnürt hat in der großen Finanzkrise. Naja, für 700 Milliarden ist während der Corona-Krise, sage ich jetzt mal salopp gesagt, niemand wirklich aus dem Bett gekommen. Das musste schon mindestens eine Trillion sein, wenn nicht mehr. Und jetzt kommen wir in eine Phase, wo ich gar nicht beweise, also wie hoch die Zahlen steigen werden müssen, damit die Märkte überhaupt noch zufrieden sind mit der monetären Inflation, die da hineingeschüttet wird. Das hat natürlich viele negative Auswirkungen, es hat aber eine positive Auswirkung und das ist, dass das System weiter läuft, weil es eh keine Alternative gibt, Klammer auf, außer Bitcoin, Klammer zu, aber da sind wir noch nicht. Was machen wir stattdessen? Ich lasse es jetzt mal den Herrn Powell erklären. Der Herr Powell ist der Chef der Notenbank in den USA. We simply flooded the system with money. Wir haben das. Das ist eine andere Weise, die wir denken. Wir haben. Wo ist es einfach? Wo ist es? Wo ist es? Wir werden es? Wir werden es digitalisieren. So als wir, als ein centrales Bank, wir haben die Möglichkeit, die zu erneutenden zu machen. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle dazu sagen, dass meine Kritik nicht den Notenbanken per se gilt. Die meisten Menschen, die dort arbeiten, oder alle Menschen, die dort arbeiten, arbeiten unter den Anreizen, die gesetzt wurden und arbeiten unter den Parametern, die ihnen gegeben wurden und auch der Ausbildung, die sie haben, die meinen das sicher gut. Ich befürchte nur, dass die Zeit ein bisschen abläuft, in der sie es so gut meinen können, weil irgendwann einmal funktioniert es halt nicht mehr. Wir sehen das jetzt schon. Das ist übrigens die Geldmengenauswertung M1 während der Corona-Krise. Das ist ein Hockeystick, der ein bisschen so ausschaut wie die berühmten Hockeysticks der Klimaforscher. Es wird halt irgendwann nicht mehr funktionieren. Wir sehen das jetzt schon an den Rennbahnen quasi. Wir haben das in der Türkei, haben wir extrem hohe Inflationen. Wir haben im Libanon eine Hyperinflation gehabt, in Venezuela eine Hyperinflation. Argentinien habe ich Ihnen schon gezeigt. Argentinien ist so eine, die machen mal alle zehn Jahre ungefähr Hyperinflation. Und das sind alles solche Dinge, quasi die Einschläge kommen näher, weil ultimativ, und das ist vielleicht das wichtigste Learning aus der zwölf Jahre Beschäftigung mit dem Geldsystem ist, die Entladung der Probleme über das Geld und die breite Abwertung des Geldes, was ja einer Vermögenssteuer eigentlich gleichkommt, ist immer noch der schmerzloseste Weg, sozusagen das System weiterzudrehen. Die einzige andere Alternative wäre Austerität, also wirklich harte Einschnitte in die Lebensqualität und auch in den Spielraum der Staaten. Und das wollen weder die Bürger noch die Politiker. Und deswegen wird es auch nicht gemacht. Es wurde versucht in Griechenland. Es hat zwar relativ gut funktioniert für Griechenland, aber der politische Widerstand war so groß, dass das etwas ist, das man sicher nicht in Breiten, in Amerika oder in Europa machen oder umsetzen wird. Jetzt ist die Frage ein bisschen eine ökonomische. Jetzt komme ich quasi zu der Frage, wie kann man mit diesen Erkenntnissen umgehen? Georg Friedrich Knapp war der Begründer des Chattalismus. Er entstammt der historischen Schule der Ökonomie, er in Berlin unterrichtet, und er ist der Autor der staatlichen Theorie des Geldes. Auf ihn berufen sich die Menschen, die heute der sogenannten Modern Money Theory nachhängen, die im Grunde, und das ist natürlich jetzt salopp gesagt, besagt, ja drucken wir einfach Geld und schauen, was passiert, weil wir können ja. Und das stimmt auch, wie ich schon dargelegt habe, theoretisch ist der Ausweisung der Geldmenge sind theoretisch keine Grenzen gesetzt. Die große Frage ist, und das ist eine Frage, die ganz im Zentrum eigentlich auch der Frage zu Bitcoin steht, ist Geld, so wie Knapp sagt, ein Geschöpft der Rechtsordnung? Er schreibt das eben in der staatlichen Theorie des Geldes. Also das ist die Idee, dass Geld etwas ist, wo immer der Staat entscheidet, was es ist. Die sogenannte Österreich-Schule der nationalen Ökonomie, und das ist die, auf die sich sowohl die Gründerväter von Bitcoin berufen, als auch die einzige, mit der Bitcoin sich wirklich erklären lässt, ökonomisch, sagt etwas anderes. Die sagt, das kann nicht sein, denn Geld hat es ja schon gegeben, bevor es eigentlich Staaten in diesem Sinne gab. Geld ist eine Erscheinung des Marktes. Und die Österreicher sind die einzigen, die bis heute eine fundamentale Kritik bringen, sage ich jetzt mal, eigentlich an der Existenz von Notenbanken generell, an der Vorstellung, dass du über die zentrale Entität die Geldmenge und damit die gesamte Wirtschaft steuern kannst, das ist aus Sicht der österreichischen Schule eigentlich ein kompletter Unfug. Und das ist auch etwas, das die EZB selbst, die Europäische Zentralbank selbst, in ihrem allerersten Paper zu Bitcoin festgestellt hat. Sie haben da 2012 ein wirklich hochinteressantes Paper rausgebracht, sicher die erste große Notenbank, die sich überhaupt mit Bitcoin beschäftigt hat. Virtual Currency Schemes wurde das damals genannt, und Bitcoin wurde verglichen mit dem Linden-Dollar aus Second Life. Second Life kennen Sie vielleicht noch, das war so ein Vorläufer des berühmten Metaverses, das jetzt in aller Munde ist. Und die EZB hat also offenbar die gesamten ökonomischen Kanonen durchsucht und nichts gefunden, außer eben der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Jetzt ist aber so, dass in Notenbanken kaum Experten für die österreichische Schule sitzen, weil die österreichische Schule sagt ja, dass Notenbanken keine gute Idee sind. Deswegen werden dort relativ selten Österreicher eingestellt. Austrians, wie man so schön sagt. Ein wichtiges Zitat von Ludwig von Mies, einem der Gründer der österreichischen Schule der Nationalökonomie, ist eben, dass du in Wahrheit die Ausweitung der Geldmenge durch Kredit nicht den Zusammenbruch eines solchen Systems nicht vermeiden kannst. Das Einzige, was du tun kannst, ist entweder, du kannst auf die Bremse steigen, freiwillig sozusagen zu einer Kreditdeflaktion führen, das ist eben die Austerität, oder du kannst aufs Gas steigen und einfach darauf hoffen, dass quasi der Laden nicht komplett auseinanderkracht, solange du noch am Steuer sitzt. Und das ist der Weg, den wir längst entschieden haben, dass wir ihn einschlagen. Der Weg, der sowohl von Corona als auch wahrscheinlich jetzt vom Krieg Russlands gegen die Ukraine und den geopolitischen Folgen noch einmal angeheizt wird. Friedrich August von Hayek hat 1983, nein, 1984, ich möchte nicht falsch sagen, kurz vor seinem Tod ein Zitat gebracht, das ich jetzt auch noch einmal vorspielen möchte im nächsten Video, das wirklich faszinierend ist. Er hat gesagt, er glaubt nicht, dass wir jemals wieder unter Anführungszeichen gutes Geld, also vom Markt gebäcktes Geld haben werden, vom Markt ausgebäcktes Geld haben werden, außer wir entreißen quasi die Geldfunktion und den Notenbanken und den Regierungen. Nun kann man das nicht mit Gewalt tun. Alles, was man tun kann, ist über die Bande und etwas hinterrückst, etwas einzuführen, das sie nicht aufhalten können. Ein Zitat, das natürlich von Bitcoin-Fans heute als prophetisch bezeichnet wird. Ich habe jetzt noch ein kleines kurzes Video, wo wir das noch einmal kurz herzeigen können. Our second guest is the Senior of the Commons Nobel Laureate Philosophers Political Theorist and Economist and Magician Definitely the world's greatest living economist Professor Friedrich Hayek F.A. Hayek Professor Friedrich von Hayek Law, Language, Money, the three paradigms of spontaneously current institutions. Now, fortunately, law and language have been allowed to develop. Money has originated in the original form, but as soon as it was there, in its most primitive form it was frozen. After two or three hundred years of coins, all governments put their hands and stopped any further developments. Governments say it must not develop any further. Remember, we'll have to experiment on it. Money hasn't been improved. Money has rather become worse in the course of time. And what we have had since in development were matters of government inventions, mostly their own, mostly abuses of money. I have directed Secretary Connolly to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. And I have come to the position of asking, has no telepublicity ever done any good? I don't think it has. I think it has done any harm. And that's why I'm now pleading for what I've called denationalization of the money. I don't believe that we should ever have a good money again before we take the thing out of the hands of government because we can't take them violently out of the hands of government. All we can do is by some sly and only hard way introduce something to the council. Also eines kann ich Ihnen versichern der Wirtschaftsnobelpreisträger Friedrich August von Hayek wäre heute ein großer Bitcoiner und würde den ganzen Tag auf Twitter rumhängen und dort über Bitcoin schreiben. Da würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen. Er hat 1976 in diesem Interview angedeutet das Buch der Denationalization of Money geschrieben, wo er vorschlägt, den Markt für Geld wieder zu öffnen, der Marktwirtschaft die Entscheidung darüber zu überlassen, was das beste Geld ist. Und sein Vorschlag, er hat eher auf dem aufgebaut, was wir vor dem staatlichen Geld hatten, nämlich einfach den Banken die Möglichkeit zu geben, Geld herauszugeben. Diese Möglichkeit haben sie heute de facto wieder. Heute haben wir dem Ganzen ein Schnippchen geschlagen, insofern, dass jeder die Möglichkeit hat, Geld rauszugeben. Es gibt inzwischen 15.000 Kryptowährungen, aber Bitcoin ist das Original. Milton Friedman, ein Schüler von Hayek und eigentlich ein Begründer des Monetarismus, der Neoliberalen, hat auch 1999 gesagt, er geht davon aus, dass es ein reliable E-Cash geben wird im Internet und er geht davon aus, dass das Internet und Technologie generell auch die Rolle von Staaten und Government im Englischen wird ja immer unterschieden auch zwischen Government und Staat, bei uns ist das ja nicht so, reduzieren wird. Jetzt muss man, jetzt wechsle ich jetzt quasi von der ökonomischen auf die philosophische Perspektive. Ich glaube, dass man Bitcoin auch nur begreifen kann, wenn man beide Seiten sieht. Was die Österreicher argumentiert haben, ist, A, der Markt soll entscheiden, was das beste Geld ist und B, die es wird wahrscheinlich, das hat auch Hayek gesagt, eben das härteste Geld sich durchsetzen, nicht das weicheste. Ich sage jetzt immer gerne, ich frage immer Leute, wenn du den Wahl hättest, würdest du lieber dich in dem Geld bezahlen lassen, das im Jahr 2% aufwertet oder abwertet? Weil die Notenbanken sagen ja, 2% Abwertung ist der Idealzustand. Nur ich habe noch niemanden gefunden, der diesen Idealzustand in seinem Leben akzeptieren würde, wenn er nicht ökonomisch. Bitcoin ist als Technologie zurückzuführen auf die Bewegung der sogenannten Cypherpunks und die sogenannten Cypherpunks waren Computerhacker, Nerds, Anarchisten, wie auch immer man das nennen will, das waren Menschen, die bereits in den 70er und 80er Jahren verstanden haben, wenn man hochrechnet, die Kraft der Computer, die Power des Mikrochips plus der Vernetzung durch das Internet, dass das eine große Gefahr darstellt für unsere Privatsphäre, für unser tägliches Leben, weil, und das sehen wir heute ja leider schon an vielen Ecken und Enden, diese Technologie auch genutzt werden kann, sowohl von großen Unternehmen als auch vom Staat, um unser Leben zu überwachen und auch zu steuern. Und die Cypherpunks sind sehr wichtig in der Bewegung, was Kryptografie betrifft, also der Technologie der Verschlüsselung im Internet. Was diese Zitate, die ich jetzt Ihnen hier zeige, kommen aus dem Cypherpunk Manifesto, das ist aus den Mitte der 90er Jahre. Und die Cypherpunks sind eine Bewegung, denen wir zu verdanken haben, dass wir heute überhaupt verschlüsselt im Internet kommunizieren können. Die haben es geschafft, in einem relativ verdeckten Krieg mit der Clinton Administration, der sogenannten Crypto War, zu verhindern, dass Kryptografie von der US-Regierung als Cypherpunk und Vordenker der Kryptografie wurde auch verfolgt vom US-Verteidigungs- und Justizministerium und er ist heute noch am Leben und er ist heute wenig überraschend ein großer Fan von Bitcoin. Also dieser Privacy Aspekt, der oft kritisiert wird bei Bitcoin, ist absolut elementar auch, um zu verstehen, warum es Bitcoin gibt. Privacy is not secrecy, sondern Privacy ist die Macht, über meine eigenen Informationen so zu verfügen, dass ich selber entscheiden kann, ob ich sie preisgebe oder nicht. Der große Unterschied zwischen den Cypherpunks und dem, wie wir es gewohnt sind zu denken, es gab auch einen Journalisten, ich glaube, es war New York Times oder Wall Street Journal, der ein sehr interessantes Buch über die Gefahr der Überwachung geschrieben hat, das ungefähr gleichzeitig mit den Kryptowars rauskam. Nur seine Conclusio war die, dass du dem Staat sagen musst, bitte mach das nicht, bitte sei nicht böse zu uns, bitte überwach uns nicht, bitte du dies nicht, du das nicht. Die Cypherpunks haben gesagt, nein, was wir brauchen, sind Tools und Werkzeuge, um unsere Privatsphäre zu schützen, wir können uns nicht darauf verlassen, dass der Politiker uns etwas verspricht, dass es in Gesetze geschrieben wird, denn Gesetze können geändert werden, wir brauchen verlässliche Tools und daher kommt eben diese Konzentration auf Kryptografie, we must defend our own privacy if we expect to have any. Und deswegen haben die Cypherpunks etwas getan, das für unsere Verhältnisse nicht, also von dem, wie wir ticken, auch nicht normal ist, sie haben es einfach getan, sie haben sich hingesetzt, haben den Code geschrieben, es ist alles Open Source, so wie Bitcoin ja auch Open Source ist, we do not much care if you don't approve of the software we write, ja, und da geht auch hin jetzt die Frage, kann Bitcoin, kann man Bitcoin verbieten, Bitcoin ist eigentlich Software, Bitcoin besteht eigentlich nur aus Wörtern und Mathematik und großen Zahlen und die Argumentation der Cypherpunks war schon damals, solange ich das in ein Buch drucken kann, kann es nicht verbieten, weil das ist ja, das grenzt eben, das lässt sich mit der freien Meinungsäußerung, nicht der Meinung, auch mit der Pressefreiheit nicht vereinbaren. Also das ist ganz wichtig, dass die Cypherpunks diesen Ethos hat, wir machen das und wir bauen es so, dass es funktioniert, egal was du dagegen unternimmst. Das ist auch ganz, ganz wichtig, um Bitcoin zu verstehen. Es ist nicht die klassische Variante, zu sagen, naja, da muss der Staat was machen, vielleicht wählen wir eine andere Partei und dann macht die das und so. Es ist nicht das Prinzip Hoffnung, es ist das Prinzip Tat und es ist eher so das Prinzip als better to ask for forgiveness than to ask for permission. Das ist ein Überblick, ich gehe das jetzt sicher nicht alles durch, aber was ich Ihnen zeigen möchte, ist, dass wir es bei Bitcoin und bei der Erfindung dieses Internet Geldes, mit dem wir es hier zu tun haben, dass das zurückgeht bis in die 70er Jahre, dass das nichts ist, was von heute auf morgen gemacht wurde, dass jede quasi beige, goldenfarbene Punkt auf dieser Tabelle ist ein Vorlauf von Bitcoin, ein Versuch, digitales Geld zu etablieren. Es sind aus verschiedenen Gründen immer gescheitert, aber einer der Hauptgründe, dass es gescheitert ist, ist, dass alle digitalen Geldversuche, die vor Bitcoin gestartet wurden, eben mit einer zentralen Stelle auskommen mussten. Deswegen sind die Bitcoiner so groß auf Decentralization, aber das kommt dann eh auch noch, wenn wir zu Satoshi Nakamoto kommen. Aber das möchte ich eigentlich nur zeigen, um zu sagen, die Idee, Bitcoin sei, dass MySpace und das Facebook kommen noch, ist vollkommener Unsinn. Es ist im Gegenteil so, dass das, was Bitcoin eingeführt hat, nämlich digitale Knappheit, ist etwas, das du zwar nachmachen kannst, aber niemals reproduzieren kannst, weil es kann nur einmal damit angefangen werden. Und es müsste schon etwas kommen, das hundertmal noch besser ist als Bitcoin, um den Markt davon zu überzeugen, sich auf das quasi als Focal Point zu einigen. Jetzt ist ganz stark innerhalb der Kryptoszene, aber langsam eben auch außerhalb der Kryptoszene festzustellen, dass diese Geldrolle im Digitalen hat Bitcoin gewonnen, da gibt es für mich keine Debatte und ich muss da auch oft darüber reden, was ist mit den anderen Kryptowährungen. Ja, da gibt es halt 15.000 andere sogenannte Kryptoassets, die können alle unterschiedliche Dinge, manche davon mögen eine Zukunft haben, manche nicht, aber für das, worüber wir heute reden, ist das eigentlich irrelevant, weil Bitcoin an sich ist eben als Erfindung meiner Meinung nach so weitreichend, dass das schon für ein Menschenleben schon genug Stoff gibt, und darüber nachzudenken und darüber zu informieren und zu schreiben und zu reden. Am 31. Oktober und die schlauen Beobachter werden feststellen, das ist also der Weltspartag, am 31. Oktober 2008 stellt also Satoshi Nakamoto auf so einer Cypherpunk-Mailing-Liste das Bitcoin-White-Paper vor, seinen Vorschlag für eine Decentralized Peer-to-Peer Cash-System und das wird dann sofort diskutiert, die meisten sind skeptisch, weil sie solche Vorschläge schon oft gesehen haben, manche, die sehr skeptisch sind, sind dann die, die wiederum wechseln und sagen, um Gottes Willen, das funktioniert ja doch, also das ist eine lange Geschichte, also am 31. Oktober sowohl Weltspartag als auch Reformationstag an dem, also ich finde diese, ich weiß nicht, ob sie Zufall ist, aber es ist natürlich, Luther hat mit seiner Aktion zum Stritten, wann sie genau stattgefunden hat, wird datiert eben auch auf den 31. Oktober mit seinen Thesen an die Kirchentür zu naheigen, die Trennung, also quasi diese zentralistische katholische Kirche angegriffen und dieses Bitcoin Cash, dieses Bitcoin White Paper, sie ist quasi ein Angriff auf das staatliche Geldmonopol, wenn man so will, es ist der Anfang der Trennung von Staat und Geld und damit das, was Hayek eigentlich vorgeschlagen hat, aber noch viel, viel stringenter und konkreter durchgezogen, als es über Banken möglich wäre. Nakamoto selbst hat eben gesagt, er weiß, es gab Vorläufer von Bitcoin, aber er hofft, dass es auffällig ist und dass es klar ist, dass die zentrale Kontrolle dieser Systeme der Grund dafür war, dass sie nicht funktioniert haben. Also entweder sie sind zusammengestürzt, weil die zentrale Stelle nicht mehr so gearbeitet hat, wie sie wollte oder wie im Fall von Bernhard von Nothaus, der eine Silber- und eine Goldmünze aufgelegt hat, der wurde ins Gefängnis gesteckt. Er erzählt übrigens eine lustige Geschichte, dass er angeblich schon Anfang der Nullerjahre in Amsterdam einen Hacker getroffen hat, der sich Satoshi Nakamoto genannt hat und ihm erzählt hat, dass er sich sehr intensiv beschäftigt hat mit der Geschichte der sogenannten Liberty Dollars, dieser Goldmünzen, die Bernhard von Nothaus ausgegeben hat und auch ihn angeblich sozusagen credited mit der Inspiration für Bitcoin, aber das ist halt eine Geschichte mit einer Quelle. Und auch die Zentralbanken, die wir heute haben, brechen ja das Vertrauen, das wir in sich setzen in großer Regelmäßigkeit und schaffen es eben nicht, ein wertstabiles Geld auf die Reihe zu bringen. Sie versuchen es nicht einmal, sondern sie definieren quasi den Begriff wertstabil um, eben auf 2% Infusion im Jahr. Das Problem ist nur, wenn sie Ballgeld unter den Kopfbäußer legen bei 2% Infusion im Jahr ist auch nach 35 Jahren die Hälfte der Kaufkraft weg und 35 Jahre, das ist ungefähr die Zeit, die wir haben, um anzusparen für die Pension. Es ist aber so natürlich, dass Bitcoin jetzt nicht herkommt und die Welt übernimmt, sondern wir sind jetzt immer noch in einer Phase der, Entschuldigung, wir sind jetzt in einer Phase der Monetisierung, was wir sehen, das kann ich nachher zeigen, wir haben das auch noch nie gesehen, man darf niemals so sagen, this time is different, ist an den Märkten immer gefährlich, aber dass ein neues, gut digitaler Rohstoff, wie auch immer man das nennen will, von den Märkten live monetisiert wird, ist etwas, das tatsächlich noch nie vorgekommen ist. Jetzt ist es natürlich so, dass die Notenbanken jetzt nicht hergehen und sagen, ja, der Hilch hat recht, der Hayek hat recht gehabt, der Mies hat recht gehabt, das war eine dumme Idee, wir machen jetzt hier die Tür zu und lassen das sein. Nein, sie versuchen es auf andere Art und Weise und deswegen möchte ich noch mal ganz kurz auch den Bezug zwischen Bitcoin und Gold erläutern. Satoshi Nakamoto hat auch nicht nur in seinen Schriften, sondern eben auch in seinem Handeln immer wieder darauf hingewiesen, dass er genau weiß, dass die die Demonetisierung des Goldes und eigentlich auch das Goldverbot, das eben 1933 eingeführt wurde und zwar am 5. April 1933 wurde den Amerikanern der private Goldbesitz verboten, erst 1976 wurde er wieder erlaubt und Satoshi Nakamoto hat eben als Geburtsdatum auf dem Bitcoin Talk Forum angegeben, den 5. April 1976. Das war ja offenbar ein Wink, also für den 5. April wurde es verboten und 1976 wurde es wieder erlaubt und auch die Botschaft, die er im sogenannten Genesis Block, also im allerersten Block der Bitcoin Blockchain hinterlassen hat, Chancellor of Brink and Second Bailout for Banks, das war ein Timestamp und hat damals hat damals diese Schlagzeile eingebaut, um zu sagen, okay, das ist das, wogegen Bitcoin antritt, die Banken machen Unsinn und werden dann von frisch gedrucktem Steuergeld quasi rausgeschlagen und wir müssen es alle bezahlen über die Infektion und die Steuern. Was ich besonders lustig finde an diesem Zeitungsausschnitt ist, dass wir da wirklich einen Bericht haben von einer Pub Chain, die die Preise für Bier damals auf 99 Pens gesenkt hat, offenbar, weil die Krise so stark war, dass die Leute kein Bier mehr gekauft haben. Ich frage mich, was der Pint in einem dieser Pubs heute kostet, aber sicher nicht 99 Pens. Was machen die Notenbanken? Die Notenbanken basteln jetzt an ihren eigenen digitalen Währungen, den sogenannten Central Bank Digital Currencies. Über Central Bank Digital Currencies werden wir in Zukunft noch viel hören, das Problem ist nur, es gibt sie noch nicht und deswegen wissen wir nicht genau, worauf es hinauslaufen wird. Was es gibt, sind Versuche, was es gibt, sind Erfahrungen und wer am weitesten ist mit Central Bank Digital Currency, das sind die Chinesen. Das Problem in China ist, dass es sich um eine kommunistische Diktatur handelt, der die Kontrolle über ihre Bevölkerung sehr wichtig ist und die natürlich das Geld vollends einbezieht in ihren Überwachungsstaat, weil natürlich mit Geld lässt sich der Mensch perfekt überwachen und das ist genau das, was die, genau diese Horrorvision eigentlich der Cypherpunks, dass mit, wenn wir einmal ein reines digitales Geld haben, das eben die Privatsphäre nicht per se schützt, dann haben wir, haben wir also wirklich eine Situation, ja, also, selbst der, der, der Künste Stasi-Obers hätte sich das niemals erträumen lassen und deswegen bringe ich auch diesen Artikel, weil ich, ehrlich gesagt, er mich sehr, sehr schockiert hat, also aus September 2021 macht die Bundesbank, die Deutsche Bundesbank ausgerechnet, die vielleicht solideste Notenbank in Europa, ein Seminar über Zoom und holt sich also Tipps aus China für die Einführung von digitalen Zentralbanken und digitalen Zentralbankwährungen, etwas, das ich einfach bis heute nicht verstehen kann, sendet für mich ein ganz, ganz gefährliches Signal, weil wenn es einen digitalen, es wird einen digitalen Euro geben, die EZB erbastelt an dem und die Frage, wie groß die Privatsphäre ist in diesem digitalen Euro kann ich Ihnen jetzt schon beantworten, sie wird auf jeden Fall kleiner sein als im aktuellen System und sie wird sicher kleiner sein als beim Bargeld, das Bargeld ist ja sozusagen das eigentliche Äquivalent zum digitalen Bitcoin ist das Bargeld, man kann auch sagen Bitcoin ist digitales Bargeld auch. Nur um zu zeigen, wie das funktioniert, also in China, das ist alles ein sehr, sehr kompliziertes Netz, das sogenannte Social Credit Score auf gut Deutsch, wenn du dich verhältst wie ein braver Kommunist, dann bekommst du gute Punkte, wenn du die falschen Bücher kaufst, die falschen Reiseziele anwählst, die falschen Dinge in dein Handy tippst, dann bekommst du Punkte Abzug und wirst bestraft. Das ist halt die Vorstellung, wie sich das die Chinesen vorstellen, ich glaube nicht, dass wir uns auch nur im Ansatz vorstellen können, wie dicht dieses Netz bereits ist, also in China ist es auch so, wenn ich jetzt Tiananmen Square im chinesischen WeChat schreibe, im chinesischen WhatsApp äquivalent, das kommt einfach nicht an, das wird einfach rausgelöscht von der Zensur und mein Gegenüber merkt auch gar nicht, dass das nicht angekommen ist. Also wir haben es hier mit einer totalen Überwachung zu tun und diese totale Überwachung wird von den Notenbanken vorangetrieben und auch eigentlich gewollt. Und das ist eigentlich meine persönliche Sache. Ich glaube nämlich, dass die Notenbanken die politische Überwachung nicht interessiert. Aber was sie interessiert, ist das Feintuning der Bevölkerung und ihres Kauf- und ihres Wirtschaftsverhaltens. Und auch das halte ich für wahnsinnig gefährlich. Was wir hier sehen, ist die Bank of International Settlements, die sogenannte Notenbank der Notenbanken. Keiner weiß, was es eigentlich genau ist, aber es ist wahnsinnig mächtig und steht über allen Gesetzen. Wurde ursprünglich gegründet zur Abwicklung der deutschen Kriegsschuld an Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg. Und wie das mit Bürokratien so ist, sobald die erste Aufgabe erledigt war, hat man sich neue gesucht. Und heute ist man also groß im Geschäft bei der Planung von digitalen Zentralbankwährungen. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt noch einen, ich glaube, es ist eh das letzte Video zeigen, Augustin Carstens beschreibt, das ist also der Chef der Bank of International Settlements, beschreibt also den Unterschied zwischen einem Cash, also richtigen physischen Bargeld und dem, wie eine digitale Zentralbankwährung funktionieren wird. In our analysis on CBDC in particular for the use of general to the general use, we tend to establish the equivalence with cash. And there is a huge difference there. For example, in cash, we don't know, for example, who is using a $100 bill today. We don't know who is using a $1,000 bill today. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability. and also we will have the technology to enforce that. Those two issues are extremely important and that makes a huge difference with respect to what cash is. Also absolute Kontrolle über die Verwendung dieses digitalen Geldes und auch die technischen Möglichkeiten diese Kontrolle auch durchzusetzen. Das ist sozusagen die Perspektive der Notenbanken und man muss leider Gottes dazu sagen und das ist auch meine besondere Befürchtung ich habe es noch mal dargestellt dass the eye of sorrow das sieht eben auch alles das ist aber meine Befürchtung deswegen weil wir haben vorher das Zitat von Mises gesehen dass du eine Kreditausweitung nicht endlos hinausschieben kannst und auch seinen Kollaps nicht verhindern kannst was du aber schon tun kannst ist durch immer stärkere Zentralisierung und immer stärkere Kontrolle versuchen das Ganze noch ein bisschen weiter zu drehen das heißt wir sind in meinen Augen in einer Situation in der wir so weitermachen können wie bisher aber es wird nie wieder besser sondern es wird nur noch schlimmer und zwar was unsere Freiheiten unsere Bewegungsfreiheit unsere Handlungsfreiheit und unsere bürgerlichen Freiheiten betrifft möglicherweise wird es ökonomisch besser es gibt aber noch das zweite Problem und das ist etwas das ich in diesem in diesem Vortrag nicht drinnen habe aber wir haben eben die Tatsache dass wir heute über Zoom reden und wir alle vor unseren Computern sitzen und ich mit dem iPhone Sachen machen kann von denen ich vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren tausend Euro und riesengroßes Equipment gebraucht hätte die technologische Deflation der Fortschritt den die Computer und das exponentielle Wachstum in der Computertechnologie bringen setzt sich weiter durch sowohl in unserem privaten Leben als auch in unserem Wirtschaftsleben und führt eigentlich dazu dass das Leben billiger wird gleichzeitig haben wir aber ein Geldsystem das darauf das alles teurer werden muss zwei Prozent pro Jahr ist die Vorgabe das heißt wir haben hier eigentlich zwei Kräfte die gegeneinander kämpfen das ist das Argument von Jeff Booth einem kanadischen Autor und Entrepreneur ich habe ihn interviewt und auch mal persönlich getroffen das Interview ist auf YouTube zu finden es wurde schon 800.000 Mal geschaut ich bin sehr stolz darauf und er argumentiert eben dass das ein Problem ist weil der Computer wird am Schluss gewinnen in dem Sinn dass die Deflation eigentlich gewinnen muss weil das ist die reale Kraft während die Inflation eigentlich künstlich erzeugt wurde und dass das auch einer der möglichen Gründe dafür sein könnte dass die Notenbanken sich eigentlich vor Corona schwer getan haben Inflation zu erzeugen Gut Aber das nur am Rande Da würde Bitcoin natürlich auch besser dazu passen In einer deflationären Welt würde Bitcoin besser funktionieren als in einer Inflationär Wir haben doch noch ein Video Es gibt natürlich auch Hoffnung Ich glaube dass wenn es um Bitcoin geht gibt es eigentlich die Frage kommt hier oft wird es verboten wird es reguliert schreitet der Staat ein Meine Antwort ist relativ simpel Solange die Vereinigten Staaten als größte Wirtschaftsstation der Welt und als größter Kapitalmarkt der Welt Bitcoin nicht sozusagen versuchen den Riegel vorzuschieben kann das eigentlich niemand anderer tun weil weil sonst würde einfach das gesamte Geld und auch das gesamte Humankapital das gesamte Hirn quasi Brain in die USA auswandern Das ist Gary Gensler Gary Gensler ist der Chef der Securities and Exchange Commission der Wertpapieraufsicht in den USA Er hat selber einen Kurs am MIT gehalten über Bitcoin und Blockchain er kennt sich sehr gut aus und er ist in der Bitcoin Szene ein gern gesehener Gast weil er Bitcoin verteidigt sowohl gegen Angriffe aus den Zentralbanken als auch darauf pocht dass eben Bitcoin von den anderen Kryptowährungen zu trennen ist also spielen wir das mal ab und in diesem und in diesem kam ich zu glauben dass obwohl ein Hype maskeradiert als Realität in den Kryptofield Nakamoto's Innovation ist real und Narkamoto's Innovation ist real eine Sache die bei Bitcoin oft vergessen wird ist ja auch wofür es immer geeignet ist wie er auch sagt ja Moving Value und die Internet unsere Geldsysteme haben zusätzlich das Problem dass sie eben an nationalen Grenzen ausgerechnet sind und das wird jetzt auch mit den Central Right Digital Curses zu einem richtigen Problem weil theoretisch die Chinesen jetzt die Möglichkeit hätten auch uns Europäen oder den Amerikanern Zugang zu ihrem Geld zu verschaffen was wiederum die sogenannte monetäre Souveränität der Eurozone der USA unterwandert aber das sind also diese wir haben eben heute eigentlich eine Situation von Währungswettbewerb auf mehreren Ebenen wir haben Währungswettbewerb zwischen den staatlichen Währungen und eben zwischen den staatlichen und den sogenannten privaten Währungen wobei Bitcoin aufgrund seiner Entstehungsgeschichte und seiner kompletten Freiheit und Dezentralität eigentlich wiederum fast keine private Währung ist sondern eher als eine Art digitaler Rohstoffwährung eigentlich gesehen werden kann so wie Gold vor ihm aber halt nicht digital der große Unterschied zwischen Bitcoin und klassischen Währungen und auch zu Gold in dem Fall ist dass wir genau wissen wie hoch die Inflation also die Schöpfung der Bitcoin der Bitcoin der neuen Bitcoins ist quasi also am Anfang viel und dann stürzt sie immer weiter ab die Zacken die Sie in der Orangenlinie sehen sind die sogenannten Halvings wo dann die alle vier Jahre die Fördermenge von Bitcoin noch einmal reduziert wird und am Schluss so die letzten die letzten 100 Jahre eigentlich dann tut sich da nicht mehr wahnsinnig viel da werden dann noch eine Handvoll Bitcoin gemeint aber die müssen dann das ist dann quasi nur noch da läuft es dann quasi aus also 2140 sollte der letzte Bitcoin gemeint sein ab dem Zeitpunkt erhalten dann die Miner die das Bitcoin-Netzwerk am Laufen halten sozusagen keine frischen Bitcoin mehr sondern nur noch die Transaktionsgebühren die dann in dem Fall wenn es das dann noch gibt höher sein soll so hoch sein sollten dass es sich auch auszahlt ökonomisch die sogenannte Stock-to-Flow-Ratio ist ein ganz wichtiges Element und eine ganz wichtige Zahl um die Härte also die monetäre Härte möchte ich sagen eines Assets zu messen was heißt das das heißt bei Rohstoffen kann man kann man kann man messen das Verhältnis von Stock also von dem was bereits da ist zu Flow also zu dem was neu hinzukommt eine hohe Stock-to-Flow-Ratio bedeutet dass so viel Gold zum Beispiel hat eine Stock-to-Flow-Ratio von 66 und hat deswegen eine relativ hohe Stock-to-Flow-Ratio weil jedes Jahr zu den 200.000 Tonnen plus die schon gefördert wurden kommen jedes Jahr 2.000 bis 3.000 Tonnen dazu das bedeutet dass die 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 Inflation der Gold Geldmenge durch Neuschöpfung ist nicht mehr sehr hoch sie ist sie ist sogar niedriger als die Inflation der Bitcoin-Geldmenge durch Neuschöpfung derzeit ist aber der Unterschied ist eben durch das Halving wissen wir dass sich die Bitcoin dass sich das Bitcoin Stock-to-Flow-Ratio alle 4 Jahre de facto verdoppelt wir haben dann also 2024 25 eine Situation wo Bitcoin fast doppelt so hart ist wie Gold die Stock-to-Flow-Ratio von Real Estate von Immobilien wird weltweit auf ungefähr 100 geschätzt das wäre dann also auch noch härter als Immobilien in 5 Jahren haben wir es mit einer Situation zu tun in der es auf der Welt eigentlich kein knapperes Gut gibt als Bitcoin und das lässt sich natürlich dann auch im Preis sehen was wir hier sehen ist nicht der Gold der Bitcoin-Preis es ist der Bitcoin-Preis in Lock-Darstellung aber eben nicht gegenüber dem Euro sondern gegenüber eigentlich seinem Vorläufer als hartes Geld gegenüber Gold und wir sehen dass der Chart im Grunde gleich aussieht wie er auch in Dollar und in Euro aussehen würde denn im nächsten Chart haben wir den habe ich heute erst runtergeladen also dieser ist leider ein bisschen älter Sie sehen wir gehen noch nicht ganz ins Jahr 2022 der ist ganz aktuell der ist von heute das ist die sogenannte Stock-to-Flow-Ratio damit dann der Preis verglichen mit dem mit dem mit dem mit dem Nähe zum nächsten Halving also wie lange dauert es noch bis die Inflationsmenge wieder halbiert wird und wir sehen schon dass wir hier eigentlich bereits was die Farbe betrifft im Vergleich zu den letzten zwei Tops sind wir eigentlich schon wieder am absteigenden Ast und es ist jetzt natürlich schwer zu sagen ob Bitcoin sich so verhalten wird wie in der Vergangenheit wenn es sich so verhalten wie in der Vergangenheit dann sollten wir jetzt eigentlich tatsächlich einen Bärenmarkt sehen zumindest einen kurzen es gibt aber viele Argumente dagegen ich hatte in meinem Podcast vor kurzem den On-Chain-Analysten Jan Wüstenfeld und der hat gesagt dass wenn man sich die Daten der Bitcoin Hodler anschaut wenn man sich die Daten der Wallets anschaut dann wird man feststellen dass die dass die das das Verhalten nicht darauf hinweisen lässt dass wir schon das Blow-off-Top quasi gesehen haben aber das ist Kaffeesudleserei wo es in Zukunft hingeht weiß kein Mensch wir wissen aber schon dass Bitcoin als Anlageklasse in den letzten Jahren eigentlich ziemlich alles pulverisiert hat was es gegeben hat da müssen wir jetzt nicht auf die Jahre 2010 bis 2016 schauen aber dann wird es wirklich interessant es gab natürlich Minusjahre aber die Jahre in denen es ein Plus war waren schon ziemlich heftig und ja also in den meisten Statistiken in den Zeitungen und in den Onlineportalen zur Frage wer jetzt welche welche Anlageklasse die beste war wird dann meistens Bitcoin rausgenommen weil schon schaut es für die anderen ein bisschen zu peinlich aus in Wahrheit das ist für mich ich hoffe ich bin schnell genug gewesen vielleicht wir kommen jetzt tatsächlich schon langsam zum Ende das ist nicht von mir das ist von einem einem Grafiker der Bitcoin Grafiken bastelt wie diese Anil heißt er von Twitter und ich finde es eine der ganz ganz wichtigsten Darstellungen weil ich habe vorher auch über diese Deflation geredet durch die Technologie also das iPhone als Symbol für den Computer an sich hat also so viele Dinge dematerialisiert das Telefonbuch die Kamera die Zeitung die Landkarte den Fernseher die Post den Wecker das Radio und noch hundert andere Dinge werden jetzt abgedeckt von diesen Computergeräten und was wir verstehen müssen ist dass die dass aufgrund der Infusion aufgrund der Entwertung unseres Geldes natürlich nicht erst seit gestern die Menschen drauf gekommen sind dass sie als Wertspeicher etwas anderes suchen müssen als das Sparbuch und deswegen steckt in allen Anlageklassen so wahnsinnig viel Geld drinnen das dort eigentlich nur als Sparbuch Ersatz steckt also ganz besonders Immobilien ganz besonders Gold und bei den reichen Menschen Kunst bei vielen wachsenden Mengen sind es Aktien da steckt da steckt Wert drinnen der nicht dort reingesteckt wurde weil jemand die Apple Aktie so gut fand sondern weil jemand einfach einen breit gefächerten Index vorgekauft hat und gesagt ich kaufe den ganzen Markt das ist übrigens eine gute Strategie da halte ich auch viel davon aber es bedeutet eben dass dieses Geld dort eigentlich steckt um Wert zu speichern und Bitcoin hätte von seinen gesamten Voraussetzungen einfach oder von seiner Veranlagung einfach eine viel bessere Voraussetzung diese Wertspeicherrolle langfristig zu übernehmen das ist auch das was übrigens Natoši Nakamoto auch verstanden hat und das ist der Grund dafür warum wir bei Bitcoin diese Disinflationäre fast schon deflationäre Ausrichtung haben weil er eben durch die Kombination aus Kryptografie Cypherpunk Philosophie und Ausbildung Economics ein Gut geschaffen hat das inhärent dazu gestaltet ist eben aufzuwerten je mehr Leute es nutzen und dadurch hält er quasi das Interesse am Laufen deswegen sehen wir wenn die Preise rauf gehen zu einem großen Zulauf und zu einem großes Interesse eigentlich die langfristigen Investoren sollten wissen dass man eigentlich kaufen sollte wenn es runter geht aber die menschliche Psyche will immer dem hinterher laufen was gerade rauf geht Bitcoin und das ist auch wichtig ist komplett neutral und das ist auch etwas was wir jetzt in der Russland und in der Ukraine Krise wieder sehen Bitcoin ist etwas das heute sowohl die Russen als auch die Ukrainer einsetzen können und ich rede da bitte von den Menschen die Meldungen dass die Russen jetzt die Sanktionen mit Bitcoin oder Krypt unterlaufen könnten davon halte ich eigentlich nichts das ist ein Vorwand des Westens um Krypto Regulation durchzudrücken aber kein Mensch kann ernsthaft glauben dass da Kreml jetzt mit Bitcoin die Sanktionen unterläuft schon allein deswegen weil Sanktionen ja nur die technische Teil der Sanktionen ist ja nur Mittel zum Zweck eigentlich Zweck der Sanktionen ist ja dass wir als Westen sagen wir machen mit den Russen keinen Handel mehr und das machen wir mit Bitcoin dann auch nicht aber abgesehen von Russen es ist egal wie reich du bist oder wie arm du bist es ist egal welche Religion du hast welche Sexualität du hast welche Hautfarbe du hast welches Alter du hast es ist es ist egal woher du kommst wohin du gehst ob du Mann oder Frau bist Bitcoin kann nicht diskriminieren denn Bitcoin weiß nicht einmal dass es Menschen gibt Bitcoin weiß nur dass es Bitcoin gibt was wir hier sehen ist die Verteilung der Nodes das ist nicht ganz aktuell ist auch ein paar Monate alt wir sehen aber die Nodes sind also die Knotenpunkte auf denen das Bitcoin System läuft das ist quasi das Gegenstück zu den Minern eigentlich der Kontrollmechanismus und die Nodes sind eigentlich die bei dem ultimativ die Macht auch liegt und was wir sehen ist eben dass das natürlich ein Phänomen ist vor allem der westlichen Welt aber wir sehen auch einzelne Spots eben in Südafrika in Südamerika natürlich Cyberdoor wird jetzt das erste Land das Bitcoin eingeführt hat als Landeswährung wird dort natürlich auch aufscheinen und ich weiß nicht ob es jetzt noch ganz aktuell ist aber ich glaube die meisten Nodes stehen inzwischen sogar in Deutschland das heißt aber nicht dass die meiste Krypto in Deutschland die meiste Nutzung in Deutschland stattfindet die Nutzung von Bitcoin und Krypto in Prozent der Gesamtbevölkerung hängt ganz stark davon ab A je instabiler das Land desto eher wird Bitcoin genutzt B je jünger das Land desto eher wird Bitcoin genutzt und deswegen sehen wir Nigeria Vietnam Philippinen Türkei ganz großes Bitcoin Land die Schweiz ist ein Outlier aber die Schweiz muss Bitcoin sehr schnell adoptieren denn Bitcoin ist de facto die Schweiz nur im Cyberspace das heißt die Bitcoin ersetzt quasi das gesamte Geschäftsmodell der Schweiz und Deutschland und Japan sind dann auch die Nachzügler was wir sehen beim Wachstum des Bitcoin Netzwerks das Internet hat von 1997 bis 2005 gebraucht um auf eine Milliarde Nutzer zu steigen bei dem derzeitigen Wachstum vorausgesetzt es setzt sich so fort wie in den vergangenen zehn Jahren wird Bitcoin schon in vier Jahren bei einer Milliarde Nutzer stehen also im Jahr 2025 jetzt sind es ungefähr 200 Millionen wobei das auch nicht ganz perfekt feststellbar ist wir haben es zu tun mit einer Wachstumsphase eines Assets und eines Netzwerks wir haben auch die Frage gestellt ist Bitcoin mehr als nur ein Asset ich glaube es ist viel mehr als nur ein Asset einerseits philosophisch aber auch andererseits auch von seiner Technologie tatsächlich muss man unterscheiden zwischen Bitcoin dem Netzwerk und Bitcoin dem Asset Bitcoin das Netzwerk kann auch von Leuten genutzt werden die das Asset gar nicht nutzen theoretisch kann ich mit Bitcoin dem Netzwerk über das Lightning Network kann ich theoretisch auch einfach Dollars austauschen ohne dass es wirklich auffällt dass ich über die Bitcoin Schiene quasi gehe aber das ist ein Thema für einen anderen Vortrag aber auch da werden wir viel sehen in Zukunft weil gerade Remittances und so weiter Auslandsüberweisungen und so Dinge die in unserem angeblich so globalen Finanzsystem nicht wahnsinnig gut funktionieren Bitcoin ist übrigens auch das erste System oder das erste Netzwerk Bitcoin ist ja auch seine eigene Börse was ich sagen will ist die klassische Börse hat ja nur von Montag bis Freitag offen die Bitcoin handelt 24 Stunden 7 Tage die Woche 365 Tage im Jahr und hat sich inzwischen eben auch gerade übers Wochenende eigentlich als ja fast schon prophetisch für die Aktienmärkte erwiesen Bitcoin Bitcoin may still go to zero but it can also become the core of a new monetary architecture if so one Bitcoin may be worth millions of dollars Status quo is not possible Kjell Inge Rocke ist der 2.30 Norweger und der Chef des Ölkonzerns Acker der hat eine eigene Subsidiary gegründet die heißt Citi die sich damit beschäftigt aus erneuerbaren Energien Bitcoin zu meinen er ist er hat einen faszinierenden letter geschrieben faszinierenden 30-seitigen Brief an seine Shareholder dass er glaubt dass Bitcoin Potentscale die nächste Technologiestufe auf dem Level von Internet und Mobile Phone sein könnte und er will da nicht er will da dabei sein quasi ich habe übrigens am Schluss meiner Präsentation einen Link zu einem Ordner in dem ich so 7-8 wichtige Dokumente zum Thema Bitcoin abgespeichert habe so PDFs die sehr interessant sind einerseits das White Paper selber aber dann eben auch diesen Shareholder letter von Kjell Inge Rocke und das Paper Bitcoin First von Fidelity das jetzt gerade sehr gut erklärt hat warum sie Bitcoin eben auch losgelöst von allen anderen Crypto Assets sehen ich komme jetzt schon zum Schluss die Frage war ist Bitcoin mehr als nur ein Asset ja es ist Geld und Geld ist eigentlich kein Asset sondern ein Mittel zum Zweck und wir wissen das aus der Geschichte angefangen bei Muscheln bis hin zu Metallen Münzen Papiergeld ungedeckten Papiergeld dann wo wir jetzt sind ist also Papiergeld in Form von also digital in Form von Kreditkarten und Handy und der große Unterschied ist dass Bitcoin wieder das Element der Knappheit im Geld hinzufügt der Jeff Booth dieser Autor den ich vorher erwähnt habe sagt gerne wenn du Knappheit also wenn du if you have abundance in money you have scarcity of everything else if you have scarcity in money you have abundance of everything else und wir haben jetzt leider Gottes das erste wir haben abundance of money also Geld ist nicht das Problem aber es kracht sonst irgendwie an allen Ecken und Enden abschließend möchte ich noch auf diese zwei Bilder hinweisen die aus dem letzten Fidelity Report kommen den ich vorher erwähnt habe das sogenannte Virtuous Cycle of Reflexivity of Bitcoin das ist das warum manche Menschen glauben Bitcoin sei ein Schneeballsystem oder ein Ponzi Scheme weil ja es lebt davon dass immer mehr Menschen hineingehen und es nutzen genauso wie Facebook und Twitter und Microsoft und alle anderen großen Internet Konzerne von diesem Netzwerkeffekt leben und dieser Netzwerkeffekt wird hier schön dargestellt es fängt an mit higher Prices meistens also beim Türkisen dann steigst du ein dann kommen mehr Miner dazu die Security wird erhöht es wird noch interessanter es kommt noch mehr User und dadurch kommt wieder höhere Demand und das dreht sich endlos so und was wir eben haben laut Fidelity auch ist die Möglichkeit wirklich digital ein Geld zu schaffen das ist auch das Zitat von Jack Dorsey dem Grünen von Twitter wahrscheinlich der wichtigste Bitcoiner in dem Sinne den wir derzeit haben Bitcoin ist das Geld des Internets und kein anderes Geld kann auch nur ansatzweise mit Bitcoin mithalten weil kein anderes Geld lebt nur im Digitalen das ist ein Thema über das man auch ein eigenes Seminar führen könnte aber die Tatsache dass Bitcoin eben nicht greifbar ist sondern nur digital ist und trotzdem funktioniert ist das was es so wahnsinnig spannend macht gut ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit hier sind noch ein paar bei dir sagt Untertitelung des ZDF, 2020